ARD Text im Auftrag von Funk Das ist gut. Willst du wieder schauen? Ja. Vorstellen bitte in der Acht, ja? Warum wolltest du mich treffen? Du wolltest mich treffen? Woher bist du, Maria? Ich habe in einem schönen Stadt. Das ist schön. Ein großer. Was für dich? In Brandenburg. Mein Sohn wohnt da. Mit seinem Vater. Wow. Es ist all meine. All yours. Nur das Gebäude. Wohin gehen wir? Little trip to the past. Wo kommst du her? Italien. Schön. Und was verschlägt dich so nach Deutschland? Sie ist nur so. Wie ich. Was? Du musst weg. Ich glaube, ich kann das nicht. Nichts. Mal. Ich bin ein Kind. Eines. Ich bin ein Kind.